Hallo meine Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Seit lange gibt es mal wieder ein Infovideo, was es Neues gibt und zwar habe ich wieder vor aufzunehmen und zu streamen. Ein paar Projekte habe ich wieder in Ansicht und Thema Streamen wollte ich auch sagen, dass ich wahrscheinlich werde ich vor mich auf Twitch so ein bisschen zu fokussieren, dass ich auch ein paar mal also auch auf Twitch Livestream werde. Also Gaming Livestreams, Videos reagieren, Labastreams und 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 und. Das werde ich auch auf YouTube machen, aber auch auf Twitch habe ich vor das zu machen. Und ja, wegen Gaming Livestreams streame ich ja immer auf PS4, aber weil ich keine Capture-Card habe und das andere Programm nicht bei mir so richtig funktioniert, wenn ich halt ein Game streame, ist es ja kein Problem, aber wenn ich dann mal zwei Game streame, muss ich halt den Stream splitten, also das heißt ausmachen und direkt wieder starten, das andere Game kommt dann halt zu streamen, aber das denke ich, da wird das kleinste Problem sein, aber ja, das sind halt die Sachen, die ich so vorhatte, nur dass ihr Bescheid wisst und dann damit ihr dann auf dem neuesten Stand seid. Ich weiß nicht wie, in welchem Rhythmus es Videos und Streams und so etc. geben wird, aber ja, wisst ihr erstmal schon, seid ihr schon auf dem neuesten Stand? Und wisst ihr Bescheid? Also, dann hoffe ich, ihr habt noch einen schönen Abend, wo ich gerade das Video aufnehme, habe ich dann noch vor Twitch, wie gesagt, einzurechnen schonmal und ja, ich weiß nicht, vielleicht gibt es morgen schon einen Stream, aber ich weiß ja nicht, ich weiß ja nicht, ich weiß ja nicht, ich weiß ja nicht. So, haut rein, euer bis zum nächsten Mal. Tschau.